So, Herr Weichert, jetzt geht's los. Ich starte den Timer. Yo, Peace, Leute, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Daily Vlog. Und heute ist ein sehr spannender Tag für AJ und mich. Heute werden Weltrekorde aufgestellt. Wir haben sogar extra jemanden organisiert, der uns die Weltrekorde bestätigen kann. Es wird crazy. Wir müssen auch gleich schon los, weil, ja, der schon da ist. Leute, das Wetter draußen ist wieder so wack. Es ist trocken, aber es ist sehr kalt. Denkt dran, Leute, momentan verlose ich noch 10 KTGA-Produkte. Was ihr dafür tun müsst, ist ganz easy. Folgt einfach der KTGA-Seite auf Instagram. Link ist in der Beschreibung. Und dann nehmt ihr teil. Liked auf jeden Fall auch die Bilder dadurch. Äh, ich hab gehört, ihr könnt eure Gewinnchance ein wenig erhöhen. Bist du ready, AJ? Ich bin ready. Wir wollen heute 5 Weltrekorde aufstellen, die noch keiner zuvor aufgestellt hat. Let's go. Leute, wir haben Glück. Ich hab nämlich momentan kein Auto und wir wurden vom Rotarygen. Das geht. Abgeholt. Yay. Und mit ihm fahren wir jetzt dahin. Schönes Auto, Moritz. Ja, auf jeden, Alter. Ich weiß. Er denkt, er weiß. Aber er weiß nicht. Boah. Alter, hat das schon mal jemand in Deutschland gemacht vor uns? Ich glaub nicht. Digger. Leute, wenn ihr auch mal einen Weltrekord brechen wollt, lasst es mich wissen. Jeder will doch einen Weltrekord brechen. Und wir schaffen das heute. Let's go. Okay, dann gehen wir mal los, ne? Ey, Digga, da vorne ist er schon. Oh mein Gott. Guten Tag, Herr Knuschka. Guten Tag, guten Tag. Hä? Wo ist Moritz, Digga? Hä? Moritz? Herr Knuschka, guten Tag. Herr Weichert. Ich hab ihm für Moritz auch noch die Hand gegeben. Das ist unser Freund. Er hat auch rote Haare. Egal. Auf jeden. Genau. So, Herr Weichert. Schwarzer Seite. Sind Sie bereit? Ja. Gut. Erster Weltrekord. Thema Mathematik. Unerstellten von Pi. Kopf über unter 60 Sekunden. Schaff ich. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Vielen Dank. Let's go. Ich hab lange dafür trainiert. Nächte durchgemacht. Und so weiter. Ich schaff das. Oh Mann. So, Herr Weichert. Jetzt geht's los. Ich starte den Timer. Let's go. 3,141592653589793238462643382795028841071693937510582097494459237816406286208998 6280348253421170679 Wuh! Ich hab's geschafft. Untersehung. Bunden. Herr Weichert. Hab ich geschafft. Erster Weltrekord damit geschafft. Da der Weltrekord anerkannt wurde. Unmade it, Mom. Die anderen Weltrekorde holen wir uns auch noch. Okay, den nächsten Weltrekord stellt AJ auf. Wir haben extra einen Bordstein machen lassen. Für diesen Weltrekord. Genau. Leute, wir holen die Weltrekorde nach Hause. It's your turn, bro. Ich wünsche dir viel Glück. Ich schaff das. Hier, Herr Gluschka. Ich hab mich noch gar nicht vorgestellt. Herr J mein Name. Ich wünsche dir auch genau so viel Glück. Danke, Jens. So, jetzt kommen wir zum zweiten Weltrekord. Im Thema sportliche Aktivitäten. Sie machen Backflips in einer Minute? Richtig. Okay, gut. Von diesem kleinen Bordstein. Puh. AJ, konzentrier dich, Digga. Hol den Weltrekord. Dann starten wir jetzt. Man kann sich immer schaffen, Leute. Ich hab sehr hart trainiert. Ich hab wahrscheinlich mein ganzes Land enttäuscht. Meine Mama sitzt zu Hause. Aber ich hab mein Bestes gegeben, Leute. Das sieht man auch. So, Herr J. Leider haben sie den Weltrekord nicht geschafft. Leider kein Sticker für sie. Alles gut, Herr Gluschka. Ich kann ihn nicht übel nehmen. Bro, du hast den Weltrekord nicht gebrochen. Nächstes Mal. Also haben dir ist dir locker wehgetan dafür. Ja, meine Knie hier tun voll weh. Manchmal gibt es Phasen im Leben, da läuft es eben nicht so, Leute. Aber dann müsst ihr weiter grinden. Keep the grind alive. Macht beim Gewinnspiel mit Link in der Beschreibung. Okay, gut. Der Weltrekordhalter versucht sich an seinem nächsten Weltrekord. Der lautet. In einer Minute so viele Kick-Blips wie möglich. Im öffentlichen Verkehr, Leute. Ihr seht, das hier ist kein Verkehrsübungsplatz. Das hier ist die pure Realität. Genau. Ich mach direkt auf der Kreuzung. Hier ist am meisten Verkehr. Boah, Juh. Digga, man muss schon aufpassen, Digga. Hier kommen direkt die ganzen Autofahrer. War doch ein Auto, oder? Weil der zwei Räder Motorradrad ist. Ich wünsche ihm viel Glück. Jetzt wird Herr Weichert so viele Kick-Flips mit eingeschränkter Nose machen. In einer Minute. Ihre Zeit läuft ab jetzt, Herr Weichert. Okay, das war's, Herr Weichert. Oh! Oh mein Gott, Alter. Jeden geschafft. Holy moly. Herr Genuschgenau, das war ein Weltrekord. Das war auf jeden Fall ein Weltrekord. Dafür gibt's auch den nächsten Sticker. Dann sehen wir Herr Weichert. Mom, unrated. Und auch zum nächsten Weltrekord. Leute, er ist wieder back, Moritz, wo warst du, Digga? Ja, ich weiß auch nicht. Auf einmal war ich weg. Digga, ich war einfach weg, Digga. Wir sind jetzt am Fluss angekommen. Und AJ zieht jetzt richtig durch, Leute. Dafür müsst ihr ein Like da lassen. Okay, gut. Schaut hin, mit euren Augen. Okay? Okay. Weltrekord. Okay, AJ geht für den Weltrekord jetzt. Bis ins kalte Wasser. Leute, dreimal Fischersfritz. Richtig aufsagen muss ich. Es ist angeteilt. Hat mal wer irgendwie eine Temperatur? Es ist unter 0 Grad. Ich weiß es nicht. Warte. Wir haben gerade 2 Grad. Okay, Leute. Wir warten hier auf jeden Fall. Auf den lieben Herr Genuschgenau. Der lässt sich aber auch Zeit. Es ist wirklich kalt. Herr Genuschgenau. Guten Tag, Herr Weichert. Sie haben sich aber Zeit gelassen, Mensch. Ja, stark nach Verkehr hier auf der A7. Genau, auf jeden. Der junge Herr möchte jetzt einen Weltrekord aufstellen. Ja, habe ich gehört, Herr J. Genau, Fischersfritz. Dreimal richtig aufsagen. Genau. Genau. AJ, einmal nochmal Buddycheck vorher. Nice. Toll, J. Ich wünsche ihm viel Spaß. Alles notiert auf Ihrer Uhr? Ich werde jetzt die Zeit stoppen. Welche Zeit? Eine Minute hast du Zeit. 30, 60 Sekunden. Sie sind noch nicht lange in Ihrem Job tätig, Herr Genuschgenau. Habe ich recht? Nee, nee. Deswegen bin ich auch bei Ihnen. Oh, Jürgen, er hat Eier aus Stahl, Leute. Dafür müsst ihr ein Like da lassen. Er nimmt mich hier gerade komplett hops damit. Ich habe... Das war der Angstfurz. Oh mein Gott. Okay. Okay, Herr J. Okay, go, AJ. Fisch aus Fritz. Fisch, frische Fische. Fische, Fische, Fisch aus Fritz. Fisch aus Fritz. Er hat es geschafft. Herr J., Komm sie raus. Komm sie raus. Oh mein Gott, Sie haben Eier aus Stahl. Hey, ich bin deine Faust. Nice. Leute, das kann und will ich auch gar nicht toppen. Als ich hier letztes Mal drin war, war ich danach einen Monat krank. Ja, ich weiß aber nicht, ob es unbedingt nur davon kommt, aber Leute, AJ hat durchgezogen. Oh mein Gott, Digga. Wir haben aber noch den perfekten Weltrekord. Hi, ame Vlogger. Ja, wir haben uns noch einen Weltrekord überlegt, den wir brechen möchten. Der AJ glaube ich gleich ganz gut tut. So, ihr Gott, wir haben ihren ersten Weltrekord geschafft. Jawoll, dafür mach ich das alles. Boah. Tja, Leute, macht beim Gewinnspiel, holt euch auch so einen freshen Schwer. Das ist so ein Schwer. Auf jeden, ne? Verpeilt ist AJ. Holt euch, Leute, gönnt euch alle Bilder liken. KTJ auf Instagram folgen, ihr wisst Bescheid. Link in der Beschreibung. Leute, wir haben es geschafft, aber fünf Weltrekorde wollen wir brechen und ich dachte mir, Herr Knuschkinosch, kommen Sie mal her. Okay, gut. Vielen Dank erstmal, dass Sie im heutigen Video dabei waren. Kein Problem. Da ist die Kamera. Genau, und ich habe noch geplant, mit Ihnen einen Weltrekord zu machen. Herr Knuschkinosch. Ja, okay. Werden Sie das sagen? Wer bricht diesen Weltrekord? Das werde ich sein, Leute. Ich halte meine Hand so lange ins Feuer, wie kein Mensch zuvor. Glauben Sie an mich, Herr Knuschkinosch? Ja, auch immer an Sie. Okay, gehen Sie mal ein bisschen runter. Ready? Okay, ready. Eigentlich muss AJ das mal, weil ihm kalt ist. Okay. Wolle ich jetzt mal das Feuer raus. Oh, ist ja schon an. Ah ja, okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, boah. Herr Weichert. Das ist ein neuer Weltrekord. Sie beeindrucken mich. Wissen Sie, Herr Knuschkinosch, dafür, dass ich so viel geschafft habe heute, kriegen Sie noch in Größe XS ein KTGA. Das wird mir auf jeden Fall um den Arm passen. Ja, kann er sich als Mannschaftskapitän-Binde anziehen. Was? Okay, gut. Okay, Herr Knuschkinosch, danke für Ihren Auftritt heute. Danke. Okay, Leute, Spaß beiseite. Das war ein weiterer Daily Vlog aus meinem Leben. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Natürlich ist das alles für die Unterhaltung, Leute. Aber das solltet ihr gecheckt haben. Also, wenn ihr jetzt dachtet, Moritz war weg und Herr Knuschkinosch kam, dann seid ihr eben ein bisschen hoher in der Birne. Heute, es hat Bock gemacht. Morgen wird es wieder einen normalen Daily Vlog geben. Lasst ein Abo da, haut auf den Abonnieren-Button. Ihr wisst Bescheid, Leute. Hier gibt es crazy Daily Vlogs, wie ich schon hunderttausendmal gesagt habe. Heute habe ich einen Bad Hair Day wie Everyday. It's Everyday, Bro. Macht beim Gewinnspiel mit. Folgt CandyJ auf Instagram. Und dann würde ich sagen, lasst einen Daumen nach oben da. Peace. Ich komme auch nicht klar, Alter. Was denn? Sieht so gut aus. Ja. Heute werden Weltrekorde aufgestellt, oder? Das habe ich gehört. Genau. Und ich würde mich davon gewissern, ob das auch... 100 Stellen nach dem Komma, Überkopf, unter 60 Sekunden. Ich wünsche dir viel Glück. Ja, von Pi musst du sagen. Habe ich doch gesagt. Nein. Thema Mathematik, 100 Stellen nach dem Pi, Kopf über, unter 60 Sekunden. Nach dem Pi. So, Herr Weichert. Sind Sie bereit? Okay. Ich bin jetzt in der Sassi. Warte, denke ich. Eine junge Woche. Jetzt freue mich die Stadt an. Okay. Ja, mach. So, ja. So, Herr J. Leider haben Sie den Weltkot nicht geschafft. Oder? Ich bin jetzt in der Sassi. Hör dich. Jo. Der Schatten war mir wieder perfekt. Oh, der Kopf, Digger. Echt? Die haben mich komplett verletzt. Das war auch über der Rekord für den witzigsten Sassdang. Das war wohl der witzigste Joke, den ich je bis jetzt gesehen habe. Alter, das ist doch so ein witziger Free-to-Wid. Bruder, du bist durchgezogen. Was man nicht alles macht, um wieder in den Algorithmus zu kommen, ne? Auf jeden!